Was ist mein größter Weihnachtswunsch? Tja, auch in diesem Jahr würde ich auf diese Frage so antworten, wie eigentlich in allen Jahren an Weihnachten. Mein größter Wunsch ist Frieden. Frieden wirklich in einem umfassenden Sinne. Frieden auf dem weiten Erdenrund. Frieden hier bei uns vor Ort. Frieden in unseren Familien. Frieden letztlich in uns selber. Dass wir in Frieden sind mit unseren Mitmenschen, mit uns und mit Gott. Der Weihnachtsfriede in einem umfassenden Sinne, das ist jedes Jahr aufs Neue mein größter Weihnachtswunsch. Tja, und dieses Jahr kommt noch ein zweiter Wunsch dazu. Das vergangene Jahr war wirklich ein schwieriges, ein herausforderndes Jahr für uns alle. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben bestimmt. Und mein großer Wunsch ist, dass wir im Laufe des kommenden Jahres Stück für Stück einfach wieder ein Mehr, eine Normalität bekommen. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir als Gesellschaft insgesamt und jeder Einzelne von uns so weit als möglich heil an Leib und Seele durch diese schwierige Zeit hindurchkommen. Das sind meine beiden großen Wünsche dieses Jahr zu Weihnachten. Gut durch die Corona-Zeit hindurch zu kommen, dass ein Licht am Ende des Tunnels ist und dann der Weihnachtsfriede, der Frieden in einem umfassenden Sinne.